Musik Hallo und herzlich willkommen hier auf der Burg Hohenzollern. Gleich zu uns doch zu unserer Burgführung. Musik Hier in der Stammbaumhalle können Sie die rund 1000-jährige Geschichte der Familie Hohenzollern erahnen. Musik Das ist der Grafensaal, der Festsaal der Burg. Hier finden auch heute noch private und öffentliche Veranstaltungen statt. Musik Hier im Ortgrafenzimmer ging früher der jeweilige Chef des Hauses seinen Amtsgeschäften nach. Musik Der blaue Salon, der schönste Raum der Burg, ist der Salon der Königin. Musik Die Burg Hohenzollern bietet auch eine fantastische Aussicht. Musik Und gleich neben der Waffenkammer befindet sich hier unsere Schatzkammer. Musik Musik Und gleich neben der Waffenkammer befindet sich hier unsere Schatzkammer. Musik Musik Und gleich neben der Waffenkammer befindet sich hier unsere Schatzkammer. Musik Und gleich neben der Waffenkammer befindet sich hier unsere Schatzkammer. Musik Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es würde uns sehr freuen, wenn wir Sie hier persönlich auf der Burg Hohenzollern zu einer Führung begrüßen dürfen.